Da passiert... Ah! Reaktabin ist der Maximum. Und Mankfölger ganz außen. Und die beiden kommen hier auf. So sieht er vom Endeffekt aus. Mankfölger holt ab, guckt mit Marsch und greift an innen. Mankfölger lässt nicht nach. Der will das wissen. Und der zieht hier knallhart innen rein. Jörg, der hier vorne. Der Stolzler soll innen. Jörg, der hier vorne ist. Jörg, der hier vorne ist. Jörg, der hier vorne ist. Dann Mankfölger. Handy von der Steh. Das ist im Moment das Ding. Jörg, der hier vorne ist. Schnell. Einen mega starken Tag hier heute. Ich bin auf die Meisterin. Genauso wie Mankfölger. Also, sensationelle Vorstellung, Jörg Kette auf dem Weg zu weiteren Fünften und Marken Kröger, der kämpft uns auch.